Booga-Monster. Wahnsinn, oder? Yeah. Also, das muss ich schon echt auch froh sein. Oh, wir sind so oft am Speichern. Wir sind so viele Lob-Ups. Aber bei seinem Skill kann man ja nicht anders. Nee, jetzt speichere ich mir auch nicht mehr. Bist du die Fans aber sehr langweilen? Nein, werde ich nicht. Die sehen das gern. Wie du failst? Ja. Der fail ist okay, aber nicht so happy. So, 2 von 10 hat. Das war wegen dem Puzzleteil. Wir haben noch keinen Yin-Yu gesehen. Äh, Danger. Heißen die jetzt Yin-Yu oder Ninjas? Ninjas! Ich hab doch immer Yin-Yu gesagt, der heißen aber Ninjas. Egal. Geh mal da und zu diesem Punkt. Noch nicht. Aber du hast recht, die Fenster gegen mich. Leute, eine für... Ich hab gleich... Jetzt hab ich mal ne Frage an euch. NINjas oder Piraten. You can answer this in the comment section below. Ich hab mich geklaut. Ich hab mich geklaut. Ich hab mich geklaut von Ray Johnson equals 3. Ich hab mich geklaut von Ray Johnson equals 3. Du bist doch gegen den anderen. Ja... Irgendein Fenster gegen kaputt. Das ist blöd. Tee, Tee. Und ein Bienenquok da? Ja, mit Bienen drin. Ich will es Kieres. Ja, bitte. RISKIERES? Da da schna da da schna da schna da! Halt's doch! Hier im Comic. Ist er im Comic? Ne, ich mein, wie in solchen Comics. Achso. Sollen wir jetzt in die Kombüse? Wo ich vorne reingehen wollte? Nein. Toll. Zwei. Was das heißen soll, weiß ich auch nicht. Musst du da reinscheißen. Musst du einfach reinschießen? Siehst du, wie toll das ist? Geh schnell rüber, das gibt's schon mal wieder weg. Was ist denn wohl hier? Ja, doch. Okay, nicht weiter auf, ohne Achtung. Nicht springen. Hier, das ging kaputt. Ja. Ich glaube, hier muss ich Kisten töten. Nein. Nein, noch nicht. Oh Gott. Hä, was, wieso bin ich unter Wasser? Hallo. Oh Gott, oh Gott. Das ist so typisch für den, ne? So was kannst du. Ich hätte nicht mal böse gemeint, aber das ist doch wahr. Es ist gar nicht. Doch. Er ist einfach nicht kaputt. Über die Planke springen. Dahin. Puzzle! Ja, 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 ja. Puzzle! Du, 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 du. Komm wieder fix voran, Mann. Mhm. Ist denn noch Mumbo-Schädel oder so? Nee, ähm, komm mal rechts. Schmuck nach vorne. Oh, muss ich das machen? Ja, warum musst du leben? Nase. Das ist doch zum Heulen, oder? Oh, bitte, du weißt, dass da so ein Ding rauskommt. Tut mir echt zwar leid, aber ich werd das nicht verstehen. Niemals. Oh, yeah. Ja, vora... Fass es mal, Leute. Leute, da sind irgendwelche Leute... Und, ey, irgendjemand hat heute ein Comic geschrieben, wo er sagt, ich sag oft Leute. Ja, ich sag oft Leute. Du magst Leute. Ja. Leute! Leute magst du am meisten von euch. Besser, als wenn ich euch Personen nenne, oder? Was machst du denn? Was denn, Dominik? Wie ging das nochmal? Wie ging mein Spruch denn nochmal? Nicht sterben ist dein Spruch jetzt! Ich schaff das schon. Guck mich nicht so an, du machst mich nicht nervös. Die lachen auch schon über dich. Ich sag bei der nächsten Kleinigkeit bist du tot. So tot als wie viel sich das jetzt anhört, aber... Wie kommen wir hier raus? Das überleg ich nämlich auch kurz. Die Augen eben schon zugemacht. Ich glaube, wenn der Sprung klackt, fuhm wieder durchs Fenster springt. Ich schaff das. Oh Gott! Wenn du schon sagst, dass du es schaffst! Bitte, bitte. Boah, super! Zuiuiuiuiuiuiuiui! Ne kann nicht, wie komm ich hier raus, oder? Leute, wie kommen wir hier raus? Warte mal. Guck dich mal um. Guck mal links! Das andere links... Genau. Und jetzt? Da kann man wohl schwimmen. Wo? Oh ja, schwimm raus! Durch das Tor... Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Yeah! Wenn jetzt stirbst du? In dieser Böhme hat man's vielleicht auch nur Fuß. Wir sehen uns dann in der Großschuss. Aha, du brauchst Sauerstoff. Du brauchst ja noch Blumschweiß. Ja, wenigstens ist das kein Instant-Totwasser oder sowas. Sowas gibt's ja auch gerne bei solchen beiden Spielen. Okay, gehen wir weiter. Wir haben jetzt hier. Ihr seid da nicht so weit durch. Da der Biene-Kopf wieder da ist. Vielleicht? Nee, die Seite haben wir noch nicht durch. Wir haben noch ein Lagerhaus, jetzt dann noch weiter. Auf dieser Seite jetzt hier? Ja, ich mein schon. Was meinst du? Die Biene-Kopf ist... ...nicht da. Das wäre ein Shit. Aber ich glaub, ich muss niesen machen. Dann gehe ich aufs Shit. Nee, es geht da ja noch weiter. Wenn du machst, die Kerlen. ARGH! Was machst du? Jetzt gerade. Keine Ahnung. Ich wüsste es auch gern. Machst du jetzt Augen, groß und rot? Bringe dir gleich deine Tod! Ich hab 10 Stuhl jetzt mitzunehmen. Ja, das glaub ich auch. So gut, dankeschön. Ja, so gute Sachen hast du nie rausgeholt. Dankeschön. Falsch. 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 Kommt, was ist das raus? Injo. Ja, lass uns das raus. Erst recht hierauf hab ich aufgegeben. Die Feinde legen keine Parity. Wir sind nicht eingeladen. Töne. Mit einem Lachen ab. Und das ist ja erst. 70 oder so. Ach so, erst? Ist ja auch 6. Sie ist einfach sehr jung. Ist schon mal Attraktiv. Das ist ja erst. Ist das. Das. Auch Bl happening im Kopf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017